Jetzt musst du das ablegen? Nein das ablegen und dann nicht da aufbrennen. Nein! Nein! Jetzt wird grüner. Was machst du da schon wieder? Ich komme! Das ist so cool. Woher kommst du mal? Ich versuch! Ich bin gleich... Boah! So ey! Ich glaube das geht nicht. Schat! Die Idee war gut! Okay. Hahaha Ähm, nein Doch, warte Du kannst doch springen Du kannst dich mit STRG klein machen Stimmt, stimmt Mach sie mal klein Hm, ne Wir müssen gleichzeitig springen glaube ich Ok, eins Ok Eins, zwei, drei Ja Die Spakfüte sind tollen Statt, sind du nicht so? Hahaha Hahaha Oh 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 was ist denn los nicht so ganz weg ballern ich freue volle granate und 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 Meine Welt ist der Tod, Mark! Oh, relax! Proz können dir einen anderen kaufen! Ich spore doch jedes Mal diese Scheißstelle, ey! Ähm... Ähm, warte mal... Ah, warte... Jetzt musst du das ablegen? Nein, das ablegen und dann dich da auch dranhängen! Nein! Woah! Hahaha! Wow! Okay! Wait! Which way is up? You're all right, Mei! Look, I'm up here! I mean, down here! Woah! Oh! Ups! Hahaha! Das ist so funny, ne? Das ist echt funny! Die ganzen Möglichkeiten hier! Boah, die blaue jetzt! Was? Oh! Dieses groß-klein Ding ist mega funny, ey! Was? Ich dachte, ich geh dann schon mal. Bipps. Ach du Scheiße. Ach man. Ach du Scheiße. Komm her, hier ist auch so ein Springen drin. Oh, es ist Tickly. Okay. Ich glaube, du musst mich damit hoch riefen. Wir müssen es kleiner machen. Nicht ganz klein. Nee, warte, warte, warte. Ja, aber wie soll ich da sonst rüberkommen? Puh. Sorry. Ja, jetzt springen wir mal drauf. Jetzt mach ich ganz klein. Ganz groß war ich. Und einfach warm. Ja. 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 Jetzt müssen wir glaube ich die dummen Dinger da drücken. Okay. Okay, the throwing up is not fun. Hey, 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 stop fighting, you two. Focus on the mission. We are focusing. We're just trying to find a way out of this damn place. You will only do that if you collab- Yeah, yeah, yeah. Collaboration. Blah, 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 blah. Oh, blah, 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 huh? Yeah, yeah. Blah, 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 ha. Okay, okay. Just don't forget, yeah? Blah, blah. Oh, shut up, you two. Collaboration, yo. Ja, mein Charakter mag ihn irgendwie nicht so, ne? Ja, nicht so wirklich. Du bist jetzt gegangen? Ähm, genau. In 1. Geht genau das. Nein, dein Ernst? Das ist mal Bowling auf eine andere Art, Junge. Perfekt. Und ich bin jetzt nicht explodiert. Das war so ein Schirm. Ich brauche da so einen Schirm. Du kannst ja hier hochkommen, dann nimm dir den Schirm. Ja. Ich habe das Ding hier auch runtergedrückt, dass du auch unten noch reingucken. Genau auf den Weg meine ich. Ich glaube, du musst die Maschinen reinsetzen. Jetzt abschalten. Oh. 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 Hm. Um. I don't know. Warte mal. Ah, so. Entschuldigung. Du hast echt Spaß mit deinem größer, kleiner Kram, ne? Okay, das Level war aber schnell durch. Ja. Okay. 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 konnte man gar nicht runterfallen wie geil ist das denn ich glaube du musst du runter treten ich glaube ich muss ja mal drauf oder ich muss von hier aus da hoch die nummer von der seite ist der rampe und macht dich mal kleiner bereit nicht so klein nicht so klein jetzt musst du dich wieder groß machen du musst noch mal zurückkommen so untergefallen ist mir zwischen die matratzen geflutscht aber ich muss mich nur noch mal aufhören wird ich es ich ich du du Das war's für heute. Ja, Gutes Nächte, Engelchen. Jo, Gute Nacht, Engelchen. Ja, Gute Nacht, Engelchen. Ja, Gute Nacht, Engelchen. Ja, Gute Nacht. Ja, Gute Nacht. Ja, Gute Nacht.